So, republikischer Star-Läufer wegen Mordes gerügt, nichts lässt Ratsch urlos verschwunden, wahrscheinlich in Republik, Freundin aus rasender Eifersentwicklung. Ok, 27. November 1982. Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest zu stellen. Es lebe Astrotzka. Machen wir. Machen wir. Vince Lestrat, ich glaube, der wird uns heute noch so holen. Den sollten wir ausschalten. So, schönen guten Tag. Oh Mann. Mondgesicht, ist Gott lange. Da passt die Nummer nicht, da passt die Nummer nicht. Ja lange, da passt die Nummer nicht. Da muss ich leider festnehmen. Ja doch, ja. Nö, hier wird festgenommen. Nächster. Das muss ich schon mal rausziehen hier. Das brauchen wir auch noch. Oh, Hallöchen. Äh, ja, wo ist denn Ihre Einreisewilligung? Zwölf Wochen? Wollen Sie bleiben? Sie haben keine Einreisewilligung. Naja, dann können Sie die zwölf Wochen woanders verbringen. Aber nicht hier. So. Weg. Nächster. Schönen guten Tag. Herr Lestrade. Ha. Ich habe gerade von ihm gesprochen. Und da finden wir ihn. Guten Tag, Herr Lestrade. Sind Sie das? Ja Mist. Ja, das sagen Sie alle. Das sagen Sie alle. Eingelegt. Klar, festnehmen. So. Bitte der nächste Einnehmen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Schöne Zepke. Ähm. Franziska, wo ist Ihr Pass? Wo ist Ihr Pass? Hm? Ja, dann hier damit. Drei Monate passt. Arbeit passt auch. So gut. Die Nummer passt. Der Name passt. Ablaufdatum passt. Ablaufdatum passt. Weitlich passt. Jetzt bin ich vorsichtig. Jetzt gucken wir gleich mal. Christine passt auch. Alles bleibt dran. Jo, Franziska. Jo, Francesca. Bitte. Viel Spaß an unserem schönen Land. Und viel Spaß auf dein neuen Tag. Tag, 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 Tag. So, nächster bitte. Guten Tag. Frau Antonucci. Sie hassen dieses scheiß Land. Was wollen Sie denn? Können Sie auch wieder gehen, wenn Sie sie hassen. So. 84. Passt. 11. 12. Passt auch. Transit. Zwei Tage. Passt. Nummer von Pass. Passt. Naja. Auch wenn Sie das Land hassen. Ich muss Sie wohl durchlassen. Weil alles korrekt. Kommen Sie rein. Guten Tag. Oh. Der sieht aus wie Wolle Petri. Und das Foto passt schon mal gar nicht. Hallihallo. Ihr Bild ist anders. Sie haben sich operieren lassen. Das hat mir vorhin schon mal jemand erzählt. Da hat es zwar auch gestimmt, aber ich glaube, das hat nicht jeden. Äh. Doch. Das ist überall stimmt. Tja. Da wollte wohl einer wie Wolltland Petri aussehen. Ja gut. Bei dem Gesicht kann ich mir das vorstellen. So. Gucken wir noch mal ganz kurz. Größe passt auf. Gewicht passt. Geburts darum passt. Ähm. Jetzt gucken wir mal auf. Also. Birnton gibt es. Das weiß ich. In. Aztrotzka. 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 Ostkristin gibt es da auch. Männlich passt auch. Alles klar. Dann hier. Will. 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 Willkommen zu Hause. Nächster. Aztrotzka. Aztrotzka. Sie können nicht mit einem abgelaufenen Dokument einwandern. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Abmarsch. Zurück. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Guten Tag. Antegrin. Piotr. Piotr Vostok. Aus Antegrin. Am 19.12.82. Das passt auch noch. Das passt mit dem Ablaufdatum. Das. Die Nummer passt. Was hat er jetzt gesagt? Äh. Einwandern. Da ist dann endlich wieder ein kleiner. Na ja. Das ist gut. Haben wir auch gesagt. Das ist ja. Wollen wir da noch irgendwas fragen? Moment. Grundverschiffen. Ja doch. Das müsste passen. Das müsste passen. Das müsste passen. Klopp. Bitte sehr. Durchgehen. Ja ja. Ich bin nett zu ihrer Frau. So gut es geht. Schönen guten Tag junge Dame. Frau Vostok. Ja das ist die Frau. Äh. Junge Frau. Einreisegenehmigung. Och nö. Wie bringen sie um? Scheiß drauf. Wir haben ja noch nicht viel Mist gebaut. Können wir das mal riskieren? Nächster. Ja ich weiß. Vorschriften missachtet. Aber wir brauchen noch nichts zahlen. Das ist gut. Schwammero. Hallo. Schwammero. Hans. So. Ist weiter abgelaufen. Das ist abgelaufen. Ja. Nee. Sorry. Das geht nicht. Sie können wieder nach Hause gehen. Ab. Nächster. Gregor Onk. Geiler Insider. Geiler Insider. Jeder der Gronkh kennt. Ich weiß jetzt Bescheid. Gregor Onk. Ja klar. Das war der 12. Das passt. Das passt. Das passt. Männlich. Chorista Stadt. Äh. Vereinigte Föderation. Chorista Stadt. Alles klar Gregor. Grüß mir Pan. Wie geil. Gregor Onk. Kabine verbessern. Mach mal sofort. Immer weniger Arbeitsplätze. Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Vince Lestrat. Nimm dieses Team verhaftet. Starlaufer wahrscheinlich Träter. Ja das waren wir. Aber wieder keine Erwähnung wer der Held des Tages ist. Wie immer. So. 28. November 82. Das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werttätigen von Immigranten aufgelegt. Personen die zwecks Aufnahme meiner Werttätigkeit einreisen wollen haben einen nötigen Arbeitsausweis vorzulegen. Es lebe Arzt Trotzka. Jo. Alles klar. Nächster. Schönen guten Tag der Herr. Ah. Das ist schon mal ein Arbeitsausweis. Ähm. Zeig mal her. Sie bleiben 60 Tage. Das kommt hin. Arbeit kommt hin. Das 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 Bild kommt hin. Jo. Sieht gut aus. Und hier. Und hier in Info hab ich auch schon ein paar Mal gelesen. Alles klar. Ja und viel Spaß. So. Nächster Video. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag die Dame. Ein Arbeitsausweis. Da haben wir wieder einen. Sie haben 1.6.83. Ähm. Ach nöö. Schon wieder rosa Sünde. Das sind ja die Küchenhilfe. Das ist ja die Küchenhilfe. versprochen. Ich fürchte er nimmt mir den Pass weg. Es ist wichtig auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun wir etwas. Okay. Ich guck mal was ich machen kann. Ich guck mal was ich machen kann. So. Hallöchen. Äh. Republien. Weswegen kommen sie. Einwanderung. Ja. 14.12. Passt. Jane Luzka. Passt auch. 29.11. Oh. 83. Ja das passt auch noch. Die Nummer passt. Glorian Major in Republien. Da muss ich noch kurz nachgucken. Mit Republien bin ich nicht ganz so. Ja passt auch. Sehr schön. Schaut dann. Frau Luzka. Viel Spaß in Atrozka. So. Nächster Modell. Schönen guten Tag der Herr. Mohammed. Mohammed Ben-Sakrane. Aus Vereinigte Föderation. So. Die Passnummer ist falsch. Das sehe ich doch auch an. Na da. So. Diskrepanz. Da stehen zwei verschiedene Ziffern. Nein. Festgenommen. So. So. Weiter geht's. Auch er schon wieder. Georgi. 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 Ja. Du hast jetzt einen Pass. Das sehe ich. Das ist schön. Aber. Das ist keine Einreisegenehmigung. Also Georgi. Zurück. Wir meinen das ernst. Danke, dass du mich so lobst. So. Weiter geht's. Ui. Nette Haare. Hallihallo. Ja. Schön. Das ist ein Ausweis. Und wo ist ihr Pass? So. Hallo. Pass. Ja. Die haben dir den Pass abgenommen. Ne. Ne. Ohne Pass hier. Keine Einreise. Kann ja jeder kommen. Weiter geht's. Schönen guten Tag der Herr. Ludum. Ist ja ja. Ah. Ah. Ne. 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 Sorry. Ich helfe der Dame mal lieber. Scheiß auf die. Vermahnung. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ne. Guten Tag. Hallo. Noriska Pauline. Noriska Pauline. Geburtsdatum. Passt. 1. 80. Passt auch. 7. 60 Kilo. Passt. Äh. 22. 84. Passt auch. Die Fotos passen auch. Müsste alles gut gehen. Einreise gehen. Nehmigt. Viel Spaß. Errein und erhärgig. Ha. Zurück. Jetzt. Errein und erhärgig. Errein und erhärgig. Hallöchen. Hier die Papiere. Frau Josipa. Vompa. Im Link. Transit. Einige Tage. Das passt. Das passt. Das passt auch. Das passt auch. Das passt auch. Kollechien. Zack. Westchristin passt auch. Okay. Genehmigt. Es sei denn, ich hab jetzt irgendwas übersehen mit Pech. Anscheinend nicht. Nächster. Nächster. Guten Tag. Herr Laugitzen. Jens Laugitzen. Sie kommen zu Besuch. Ein paar Wochen. Ja, das kommt hin. Das kommt auch hin. Oh. Wir haben ein Verschleiß an Soldaten. Ich hab halt ne Gefahrenzulage. Niederüberfall. Angriff auf Grenzübergang Prestigen. Selbstmordattentäter überwindet Sicherheitskontroll. Die Club-Tänzerin in Christine wurde aufgefunden. Ah, das hat uns dann erwischt. Haben wir ihr vielleicht doch nicht so geholfen, wie wir eigentlich wollten. Nein, 29. November 1982. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscannersystem in ihrer Kabine installiert. Kollechische Extremisten stehen im Verdacht, für den Bombenanschlag vom gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Durchsuchen Sie alle Kollechen, bevor Sie deren Einreise genehmigen. Als Leberarzt Rotska. Ja. Wieder Angriff auf Grenzübergang Christine. Kloppt hier an. Schade um die Mädels. Na gut. Na gut. Los geht's. Halli. Oi. Hallo. Frau Sauretzka. Ein Monat. Besuch. Nötig. Kolleche. Ah, Kolleche. Na dann. Buch raus. Vorschriften. Alle Kollechen müssen durchsucht werden. Doch. Mal. Bitte recht freundlich. Aber nix idegales dabei. Na gut. Frau Sauretzka. Dann dürfen Sie auch rein hier. Na gut. Schönen guten Tag. Haben Sie auch Ihren Personalausweis dabei, mein Lieber? Den fahren Sie nämlich auch. Bitte sehr. Dankeschön, Herr Langbach. 91 Kilo. 1,90 Kilo. Eioioi. Groß ist er. Teil ist der Fünftritte. Fast Ostkristin. Da muss ich gerne mal gucken. Männlich ist er. Da kommt hin. Ostkristin in Adrotzka. Da. Jo, gibt's. Alles klar. Schön. Willkommen zu Hause, mein Lieber. Nesslieber Astroftka. Warte geht's. Hallihallo. Nette Frisur. Aus Impor. Frau. Gunschis. Oh, ich spreche ihn nicht. Name passt. Unlesbar. Das passt hoch. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Was hat sie erzählt? 14 Tage. Kommt durch. Passt. Ist klar, Olga. Dann viel Spaß. Da durchreisen. Weiter geht's. Hallihallo. Joscha Horvath. Lili. Passt. Passt. 79 Kilo kommt hin. 88 Kilo kommt hin. Ostkristin hat man gerade schon mal gelesen. Die ist auch noch gültig. Äh, nee. Lilly. Also. Vom besten Willen. Das ist doch kein Mann. Wieder recht freundlich. So. Unser Nackt-Scanner hat sie ausgewertet. Und. Okay. Ja, dann. Willi. Viel Spaß. In. Astorzka. So. Hallo. Wer sind sie denn? Auch eine Astorzkanerin. Luguzka. Alexandra. Geburtsdatum. Passt. 1.75 Kilo kommt hin. 56 Kilo. Passt. Paradisner gibt es. Altan. Altan sagt mir, es gibt es auch. Passt doch. Passt. 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 Die Fotos. Sind die vielleicht unterschiedlich? Gleich mal. Ach doch. Passt alles. Gut. Ja, dann. Luguzka. Viel Spaß. In ihrer Heimat. Kommen sie rein. Nächster Idee. Schönen guten Scherchte her. Aus Impor. Motor. Estevan. Die Nummer ist nicht korrekt. Ja. Verhören wir mal. Das Dokument ist nicht gültig. Ab im Knast. So. Dann geht es mal weiter hier. Kommen sie rein. Koleche. Ah. Kolechen sind zu durchsuchen. Ne? Kolechen sind zu durchsuchen. Zack. Schönen fürs Foto bereitstehen. So. Gucken wir mal. Hat er irgendwas dabei? Ach, guck mal an. Ach, guck mal an hier. Immer diese Kolechen. Festgenommen. Hier wird nicht geschmuggelt. Nö, 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 nö. Für 10 Credits schon mal gar nicht. Kann ich ja nie mal meine Heizung mitbeziehen. So. Kommen sie rein. Guten Tag. Arzt Trotzkaner mal wieder. 24. 4. 31. 1,57. Kleines Geschoss. 43 Kilo. Passt hoch. Foto passt. Ablaufdatum passt. Ostfest hin. Gibt es in Arzt Trotzkaner. Ihr nehmt. Wir dürfen einreisen. Okay. So. Gut wieder hin. So. Weiter geht's. Kommen sie rein. Papiere bitte. Karachenko. Irina. Gut passt. Oder zwei Tage. Ja. Gut passt. 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 Das ist natürlich auch passt. Ablaufdatum passt. Nummer passt. Jokostadt. Kolechen. Ah, Kolechen. Ne, dann wieder mal. Zack. Dann wollen wir mal. wieder Fotos machen hier. So. Schön freundlich gucken. Zack. Aha. Ich sag ja wieder diese Cholären hier. Was haben wir denn da? Ja. Bestgenommen hier. Geschmuggelt wird nicht. Bei der Mutzung. Hallihallo Mundgesicht. Ratzka. Kitiara. Zwei Wochen Transit. Ja, das ist gut. Passt. Zwölfter, zwölfter passt. Jetzt passt hoch. Dienstzeitende. Dienstende. Schingelden. Das gibt's in der Vereinten. Das stimmt. In der Federation. Oh, ja. Klar. Dann. Kommen Sie rein. Hier. Bitte. Feierabend. Versamm